Na? Muuuun! Ey, perfekt eingepackt! Yeah! Sogar ein bisschen geslidet! Ach mann! Na egal, hab ich wenigstens Pfeile sonst bekommen! Ok, ich glaub drei Shizzle braucht so'n Kack-Tiger! Auf jeden Fall muss ich ihn vor... Ich muss ihn sehen, bevor er mich sieht! Oh, bestimmt ist dieses Gebiet voller Tiger! Und ich muss erst diesen goldenen finden! Kacke! Kann ich hier einfach mit dem Auto erstmal... Alle anderen Pläppen... Goldener Tiger! Bist du! Bisschen was anderes als ein... Tapir! Hört ihr auch überall Tiger? Ich hör überall Tiger! Oh nein, ich will hier nicht raus! Ich hab Angst! Ach, hier ist das Gebiet schon zu Ende! Und vielleicht ist hier doch nur der eine! Und das ist der, den ich hier höre! Ok, es sind zwei, weil ich höre einen! Ok, das ist er nicht! Sonst würde der jetzt schon... Jetzt zieh... Ganz langsam zurück! Huuuuh! Toll, der hinten sieht goldener aus! Ich geh jetzt zu dem! Ich heile mich mal! Er läuft die ganze Zeit mit so einem Daumen durch die Gegend! Ja toll! Eben hatte ich den noch nicht so, den Daumen! Man sieht den ja die ganze Zeit! Seine abgekauten Fingernägel auch! Ist nicht super! Ist hier nicht gar nicht super! Boah, er läuft auch noch weg, ey! Guck mal, ich geh lieber von hinten! Oh ja, er legt sich hin! Das ist perfekt! Tiger können ja auch auf Bäume und so! Die können ja irgendwie 10 Meter hoch springen! Und das ist jetzt unübertrieben! Ich kann mich hier nirgendwo vor dem verstecken! Ich jag einfach so schnell wie es geht! Drei Pfeile in ihn rein und dann müsste er tot sein! Oh mein, jetzt ist er wieder aufgestanden! Und der ist nicht mehr golden! Boah! Boah! Bestimmt war das jetzt auch noch der andere! Das ist ganz stimmt! Baaah! Dann holen wir halt ihn! Das läuft jetzt bestimmt nicht so gut wie ihn! Gott sei Dank kann ich mir neue Pfeile holen! Wenn ich jetzt gleich alle verballert habe! Ja! Perfekte Position! Wo ist er jetzt? Ich schieße ihn in den Arsch! Boah! Alter, er hat drei Pfeile und er hat erst... irgendwie... richtig... gemerkt! War er das? War er das? Ah! Das war er! Du Arschgesicht! Ich bin einfach vorbeigelaufen, weil ich dachte der andere ist goldener! Ah! Einfach alle erlegen! Yay! Oh! Yay! Uh! Ich bin so stolz auf mich! Ich hab nen goldenen Tiger erlegt! Beide getötet, ohne dass sie was dagegen machen konnten! Muhahahahahahaha! Muhahahahahahaha! Hier nochmal ein bisschen Pfeile auffüllen! Supi! Gut! Ne, jetzt muss ich erstmal gucken ob das gereicht hat! Sonst mach ich nämlich weiter! Oh! Was! Beende mehr Missionen! Ja, aber das meinen die damit! Ja, dann mach ich jetzt erstmal die Hauptquests weiter! Gott! Ja, das glaub ich doch alles schon! Das will ich nicht! Ich spring eh nicht von oben auf Gegner rauf! Hä? Jaja! Hm! Alles kacke! Jetzt machen wir trotzdem den Köcher! Weil ich's kann! Alter, da muss ich schon Bären für erlegen! Ja, die sehen auch immer anders aus, ne? Cool! Da muss ich Bären! Also jetzt müssen wir immer dran denken! Bären töten! Ne, ich brauch Medizin! Ich muss mal... Ich muss mal eben kurz grüne Kräuter suchen! Ich kann jetzt schon mal in die Richtung rennen! Sind ja alle gelb oder rot! Was ist das hier für ein Gebiet? Ich brauch grünes Zeug hier! Oh! Ein Todauftrag! Ich mach jetzt den Todauftrag! Ganz viel rote! Ein Auto! Weißes! Hä? Das war geplant! Das ist auch... Ah! Tada! Das ist hier schon, ne? Oh oh! Na, war das gut? Todauftrag! Und jetzt gleichzeitig noch... Ne, der Helm! Ach, da krieg ich den! Oh Gott! Langweilig! Stopp! Aha, aha! Oh! Jetzt kann ich jetzt ein bisschen besser Auto fahren! Wow! Und wie ich kann, Alter! Hast du die gerade umgelegt? Oder sind sie verschreckt umgefallen? Hä? Was? Ja? 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 Wie gnädig ich auch noch bin, ey! Dass ich da noch... Und auch das nicht mach! Wenn er sagt, mach nicht! Ja? Ja? Ja, das tut so weh! Jetzt bin ich mit dem Fuß gegen die Kante geknallt! Da, wo ich jetzt hin muss, ist schon wieder ein neues Gebiet, wo ich erstmal einen Punkt drum machen muss! Äh, das wird ein bisschen, äh, anders... Alter, nur damit es nicht so scheiße aussieht! Alter, nur damit es nicht so scheiße aussieht! Was soll die Musik? Bestimmt, weil ich jetzt in einem unbekannten... Begitt bin! Ist schon ein bisschen cool gemacht, so dieses Eintauchen, erstes so ganz unscharf! Und dann taucht man auf und erst mal so... Flash! Oh Gott! Was ist denn das für Sounds? Ich kann's nicht an dem Sound identifizieren, was für ein Tier das ist! Ach, doch, schief! Soll ich den umlegen? Na? Drei Pfeile brauchen die Katzen alle, ne? Ich hätte ja eben auffüllen müssen, als ich meinen Köcher geupgradet hab, ey! Das hier ist doch nur so eine Insel, jetzt darf ich bis nach hinten da rudern! Ich werde einfach mal mit dem Funkturm da in den Himmel schauen! Was?! Was?! Land! Land! Ganz schnell, Land! Oh! Oh! Ein Hai! Wow! Scheiße! Ja, hat das passiert! Wenn der Hai einem in den rechten Arm beißt, hat der linke Kratzer! Habt ihr ein Boot? Boot! Das scheint kein richtiges Boot zu sein! Hä? Da sind ganz viele Fußabdrücke! Was ist da da denn? Da hat jemand einen getrunken! Hä? Der Stammkopf hat... Pfff! Ihh! Wo ist sein Kopf? Der liegt in dem Stein! Hm! Was ist das? Lager? Und sie haben ein Boot! Ich kann es mal ablenken, damit ich die Lage chatten kann! Hä? Cheater! Hör doch auf! Ja, hör doch auf! Oh, moin die Malle, das ist die Ficke! Das wird langsam... Wird's kommen! Die Takedowns sind echt fett! Ja, ich hab ne Leiche in der Hand, das geht nicht! Och, Mann! Ja, das wär fett gewesen, wenn das funktionieren würde! Heil doch! Das ist ja wie bei Singularity, ey! Okay, der wird sich nicht nähern, weil der... ...campender Scharfütze ist! Kann ich schonmal so lange... Was? Was hab ich hier gemacht? Egal! Ich hau den damit jetzt an! Oh nein! Jetzt ist mein Bogen bestimmt weg! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein, er steckt noch in dem Typen drin! Äh! Die machen das genauso wie ich! Ja, so machen wir das coole auch! Hab ich dir schon mal erzählt! Hi! Ja, Mann! Ja, Mann! Fetty! Fetty, Mäcki! Was den Typen hab ich von da hinten in der Schrubbende erlegt! Na, ob das mal so gut ist! Äh, logisch ist! So, jetzt hab ich gleich ein Boot, um da rüber zu fahren, damit ich nicht von den Hunden zerfleischt werde! Oh, kein Dingsbumsauftrag! Jetzt hol ich mir jetzt mal einen Memory-Chip, was auch immer die bringen! Bestimmt viel Geld oder so! Weil da ja Daten drauf sind von dem Bösen! Oh, hier Munition! Medikit! Ey, yo! Ey, yo! Kiste printern! Bam! Grüner Poker-Chip! Pfeile kaufen! Ich warte immer noch, dass hier irgendwie Special-Pfeile oder sowas ist! Nee, verkaufen tue ich nur bei der Omi! Das ist nämlich mein Hinter des Vertrauens! Achso, nehme ich jetzt deren Boot oder nehme ich dieses Boot? Dieses Boot sieht robuste aus! Ja, echt! Uh, nee! Nicht gut gegen Haie! Oh! Oh, das war cool! Das war logisch! Oh! Das war ein bisschen dumm, oder? Es laufen bestimmt 50.000 Leute hierher! Ach, wo sollen sie? Sollen sie doch! Okay, scheiße! Ich muss nur kurz übersetzen! Dann mache ich den Funkturm! Dann mache ich die Aufgabe und dann nehme ich auf! Und anwand! Und anwand! cool! Dennis greifen! arn